In den nächsten zwei Minuten erkläre ich dir, wie Help2Type dein Leben vereinfachen kann. Schliesse für einen Moment die Augen und versuche mit deinem Smartphone eine Nachricht zu tippen. Das geht ewig. Weil ich fast blind bin, geht es auch mir so und ich habe eine Lösung entwickelt, die auch dir einen Mehrwert bringt. Zeit ist ein rares Gut. Wenn ich am Morgen meine Nachrichten und E-Mails beantworten will, bin ich so langsam, dass ich den Zug verpasse. Diktierfunktion ist eine Lösung, aber wer will schon Business-E-Mails oder Liebesbotschaften in der Öffentlichkeit diktieren? Die Lösung ist ein haptisches Keyboard. Ein Keyboard mit einem fühlbaren Feedback, wenn man die Taste drückt. Die Tastatur ist flexibel auf jedes Smartphone befestigbar. Sie ist per Bluetooth verbunden. Ich glaube daran, dass du dich dank Help2Type besser in der digitalen Welt verbinden kannst. Deine Vorteile sind, Business-E-Mails und Liebesbotschaften in der Öffentlichkeit verfassen zu können und dich mitteilen können und dadurch dazugehören. Die Produktion ist angelaufen. Du kannst also jetzt dein Exemplar vorbestellen. Ich bin bereit abzuheben. Fliegst du mit? Ich bin bereit abzuheben. Ich bin bereit abzuheben.